hallo hallo und willkommen zu versuch 2 neo nicht die u-long durchzuspielen ich bin ich bin heute nicht ganz da haupt von hammocks ja ja das wird auf jeden fall was ich habe heute quasi nur drei vier stunden schlafen zehn gestern aufgewacht ist drei früh glaube ich irgendwas nee ich bin um bis sieben früh war ich heute wach da habe ich von sieben bis kurz vor elf schlafen ich wollte länger schlafen aber körper dann gesagt jetzt stehst du wieder auf oh ja ja ich sehe schon was mit einladung schickt es hat sich herausgestellt dass du einen besseren pc hast was das angeht hulang läuft bei dir stabiler als bei mir oh ich musste immer einen short denken die du da auf twitter mal veröffentlichen hast in so einem nom 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 ja ja exactly das das ist passend das ist zutreffend ja so aber fakt ist wir machen ein zwei neben schlachten bevor wir uns noch mal an den letzten mofo anwagen ja und schauen einfach ob wir den den mofo heute schaffen besten fall ja besten fall ja noch mal vorgewandt zwischendrin wird einmal ein alarm bei mir losgehen wenn die coole musik losgeht dann muss ihre ganz kurz mal weg in der debüt weil meine jagt das essen dann gerechtfertigt zubereitet wurde gerechtfertigt so das funktioniert das funktioniert das funktioniert das funktioniert alles funktioniert wunderbar aber es kommt angeblich nicht auf lange an dann wir haben viele große standarden und viele kleine standarden und schon den ersten Das war schmerzfrei. So fällt mir das. Ich brenne. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber du bist so hot. Ach, Ero. Was haben wir da? Irgendjemand hast du angelockt. Da läuft jemand. Was? Du hast einen Stalker. Du hast einen Fett. Schon wieder. Der hat deinen OnlyFans Account gekriegt. Was? Schon wieder? Welchen? Welchen? Wie flast du? Ich finde diese Frage berechtigt. Da oben sitzt ein Opa. Sehe ich das richtig? Ähm. Also da ist ein Feed davor. Ja, da ist ein Opa und da ist ein Feed darunter gleich. Aber das Feed ist angelockt. Ich habe ihn. Aber anscheinend nicht. Okay, es ist tot. Is she it? Es ist dead. Oh ja, da ist eine kleine. Das habe ich mal mit anderen Leuten gespielt. Dead by Daylight. Andere Leute. Du spielst mir fremd. Ja. Jemand, den ich gerne einladen würde, mal zu unserer Gruppe. Weil unschuldig. Aber ich glaube, die Person würde nicht mitmachen. Ich bin entschlossen. Claims, dass sie unschuldig ist, glaube ich. Ja, berechtigt wahrscheinlich. Ich habe einmal mit ihr gespielt. Streamerin, die heißt Kupfermünze. Nette Person. Weil ich habe, glaube ich, mit ihr einmal, das ist Jahre her schon, Phasmophobia gespielt. Da war B noch dabei. Und wir wollten sozusagen mal ausprobieren, so geht Bloody Mary in Phasmophobia. Oh boy. Und wir haben das mal ausgetestet. Auf einmal ist halt so, ich weiß jetzt, so wie Licht geflackert, bla bla bla. Und B war tot. Also B-Mod. Ja, dann könnte ich das gerne alleine mal ausprobieren. Ich habe mich nicht von Selbstmordkommando gemeldet. Ich glaube, ich habe sogar einen Clip davon noch. Denn was? Und da gefallen habe ich mich da jetzt gehört. Du musst be punished for your crimes. Das ist der große Standard. Ich habe gerade einen Glitch gehabt. Hier war irgendwas, was mir runtergefallen ist. Okay. Sieht aus wie eine Wand oder so. Also hier ist ein Kästchen. Ich zeige dir mein Schmuckkästchen. Ich zeige dir mein geiles Schmuckkästchen. Er eskaliert hier schon in den ersten 10 Minuten. Ich entschuldige mich. Eigentlich müsst ihr jetzt... Ich kann nicht sagen, dass ich nicht gut geschlafen habe. Ich habe gut geschlafen, aber ich war leider sehr lange unterwegs heute. Deswegen ist mein Brain ein bisschen abgerissen. Ero war lange unterwegs, er hat diese Entschuldigung, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe diese Entschuldigung und zusammen machen wir nur Blödsinn daraus. Ich dachte schon, was hast du es nicht gekontert? Wie, das ist so ein Kerlproblem, ich habe es wie er zu früh getan. Äh, wieso habe ich gerade so ein Spider-Man-Meme im Kopf. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. What the fuck? Ich habe mich noch nicht mal gesehen und mich angegriffen. Das ist ein Problem, dude. Er hat so viele. Eins davon heißt tot. Ist das auf dem richtigen Weg? Ja, der ist der einzige Weg, den wir hier weitergehen können. Kann ich drauf einhauen? Ja, kann. Normalerweise sollte... Er beschmeist uns beschwert. Ja, er beschmeißt uns... Boah! Da hat er da gemacht. Oh, oh, großer Kartallwagen und Kies. Oh, da ist ein Blitz. Katze. Oh, die Katze! du hast eine mini standarte so wie machen wir sondercat kalt sieht sie uns von hier oben nein die sieht mich hier nicht mal 14 sie ist 16 minderjährig nein auch nicht what the fuck dass das war die hat mich dafür die hat mich zerfetzt das ist der grund warum du keine katzenminze geben oh gott so schön dass du katzenminze ansprichst ja gehabt gekontert ich habe auch ein anderes in die game angefangen endlich cat lateral damage es ist super simple einfach du bist in haus du bist eine kleine kerze und keine ist da der dich beaufsichtigt do something stupid also im großen ganzen geht es darum schmeißt einfach alles um was dir vor die flinte kommt zerreißt die vorhänge da sehe ich eine katze ganz ehrlich gestehen was war das habe ich getroffen habe ich gemacht und trotzdem gestorben strange das ist erstaunlich witzig gewesen ist super leichter spiel aber aber ich habe einen spaß damit einfach ich habe noch nicht gesehen der große hab ihn am i losing my touch was am i so könnten wir wie schön das display nähert wahrscheinlich so auch so zu sein dass wir das auch machen können okay das ist keine schande du bist dieser person die man bestellt wenn man auch frisch einen kreis gut bestellen alle erwarten kratos und du kommst vorbei oh no ein wurm ja was als wir uns gleich stand da oben mein lieber panda ich nicht ja bis gleich es natürlich ist siegel des himmlischen königreichs was macht das eigentlich fünf sterne verteidigung blablabla sprint angriff willensschaden war es das beste anzeige auffüllung plus 3,3 hat sich eigentlich verdammt cool an mit gifs angriff auf negative schaden ich will ja schon ich will wieder auf feuer wechseln ehrlich oh mein lieber panda also irgendwas dummes passiert jetzt hier oder einfach so gibt es eine truhe nicht doch gibt es oh gott hey dann haben wir den hier eine vogelscheuche vogelscheuchen machen wir glaube ich hier die kleine aber es fehlt auch auch noch eine große die ist dann dahinten ok ich will mal schauen wie weit man mocken kann das ist so gut funktioniert hätte ich nicht gedacht sie wehrt sich nicht wie gesagt dass das so gut funktioniert hätte ich nicht gedacht habe zwar jetzt alten mein ganzes fernkampfzeug aufgebraucht aber hey sie ist tot als euro später fragt die 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 stange war schon immer dort ich bin wirklich so tief gesunken ich bin unterhalb der märten kopf mein essen ist noch nicht richtig es ist noch nicht durch immerhin ist es nicht unten durch also ich habe hier noch eine kiste da kommt niemand dann sollte die pizza noch gut sein hoffentlich noch auf norma so ich sehe in der ferne eine standart kann man gucken ob das das glaube ich muss die große sein hier ist die kiste ja ein schönes pracht allerdings schwert das nicht ist was wir haben wir unten einen maler trucker mit einer gläse und da haben wir eine standarde die definitiv schon immer da war die war schon immer da ich habe nichts damit zu nein der tod hat mr krebs angelockt das war kurz die anzeige jetzt ok irgendwie mag er dich so hab ihn mal von hinten angekossen so er ist tot gut ach ja es soll vor dem vierten kung fu panther film nix kommen ich habe sie doch gewinnen als mein 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 kleiner bruder hat geguckt hat ja aber ich selber bin kein freund davon weil ich halt gesehen habe mit den ganzen anderen fixer etc geschichten ich hinterher was die witze angeht also wenn du sagst die witze sind billig dann stimme ich dir zu sie sind billig ich meine ich weiß dass das konkurrenter hier hat das bisschen härter quasi funktioniert ja 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 hafter kerkeling hat es glaube ich in den ersten biten genau wie Olaf vielleicht bei Coley aber der macht seine auch nicht besser es gibt ein paar sachen da passt wie Arsch auf einmal wie zum beispiel bei ice age mit Otto Valkes ja ja dann würde ich sagen otto walkers ist die definitive stimme für mich ich meine wegen ich kann im momenten der blog machen der liegt definitiv in einer gesunden position am boden und schläft warum haben sie sich mit tomatensauce eingeschmiert das weiß ich auch mit meinem problem wo ist das ist das in mexiko oder wo ist das wo sie da diese diese tomaten ich bin nur gefällig ist halt Das ist Mobbing, einfach nur Mobbing. Ne, ich weiß nur, in England gibt's da die Sachen mit dem Käse oder was, Irland? Da, wo sie den Abgrund runterrollen. Ja, genau. Die schwingen gerade daher und brechen sich alle Knochen und die ganzen Typen brechen sich alles Mögliche und die Fiskunde einfach so, ja, passiert halt dabei, ne? Ja, ja. Du bist trotzdem versichert, wenn du dir alle Knochen brichst. Ich so, okay, cool, leck mich, leck mich am Arsch. Ja, ansonsten... Ey Chef, ich komm heut nicht, ich hab heut beim Käse rollen alle Knie was geworfen. Ja, kann ja mal vorkommen, ne? Verstehe ich, voll und ganz. Okay. Jetzt müsste ich jetzt googeln, wo das herkommt, aber es gibt wirklich ein Festival, wo sich Leute mit Tomaten gegenseitig beschmeißen. Achso, wir müssen ihn fragen, dann wird's dann fertig. Den müssen wir fragen. Den doch. Ja. Ach, der war wichtig. Ja, der war wichtig. Achso, ich bin Guan Yu, ein Follower von General Liu. Du sagst, du wirst leben, dein Opfer. Achso, das ist ein Opfer. Ja. Ich will, du, mein Boss zu sein. Und ich werde nie deinen Seite verlassen. So, Shang. Ah, yeah, der kann mir den neuen Dynasty-Worbers mitteilen. Das war der Typ, der bei... An... 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 Das war doch, ja. Der Typ, der eigentlich von den gelben Turbanen stammt und immer umgesprintet ist. Wenn ich würde in der Geschichte schon wissen, dass ich den falschen Weg gewählt habe. Ja, bei den Dynasty-Worbers hat er so eine lange Klinge gehabt, die du mit zwei, eigentlich nur eine richtig lange Klinge gehalten hast. Kein Schwert, keine Klinge, sondern einfach nur eine Klinge. Okay. Die er denkt, wenn du jetzt gelten hast. Ah, so. Wir haben es jetzt 19.21 Uhr. Ich werde nochmal nach der Pizze abholen. 41 nebenbei. Ah, jetzt wird die Schweizerbräuung nicht mehr losgehen. Ah, warte halt mal kurz. Hol du die Pizza. Ja, man, man, man. Entschuldigen Sie mich nochmal? Ja. Ich entschuldige Sie. So. Ob, 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 ob. Müssen wir eigentlich auch schon wieder was zu trinken holen. Ich mach mal kurz hier, äh, äh, Pause-Screen an. Ich hol mir kurz was zu trinken. Ähm, eine Minute. Bis gleich. So, bin wieder da. Und hab was zu trinken dabei. Schön was Kaltes. Ach ja, ich muss wieder in ein Spiel. So, komm. Hop, hop, hop. Hi. Guten. Wer hätte ahnen können, wenn man eine Pizza aus dem Backofen nimmt, holt, dass sie heiß sein könnte. Ja, das ist völlig abwegig. Huh. Mein Name ist fach, fach. Sorry. Könnt ihr mal. Ähm, 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 so. Blablabla, blablabla. Schlagfeld auswählen. Hm. Säge. Dann haben wir den... Tapfere und hemmungslose... Juuu... Gende. Gende. Jugu... Juguende. 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 Ach ja, ich hab einen neuen Hut. Show it to me. Mach ich gleich nach dem Schlachtfeld. Aber den kennst du, den Hut. Juguende. Es ist der Piratenhut von Ruffy. Stroh? Ja, Strohhut. Eigentlich hab ich ihn für jemand anderes gekauft, aber den Willen nicht mehr. Why? Weil er nicht geglaubt hat, dass ich das wirklich durchziehe. Äh. Ich hab's für Wage gekauft. Weil er, äh, Assassin's Creed Black Flag angefangen hat zu streamen. Und ein Sombrero ist kein Piratenhut. Ich bin trotzdem dafür. Sombreros sind keine Piratenhüte. Ich hab's für mich selbst gesehen, wie gut du wirklich bist. Hm. Ich glaub, der will uns hauen. Können wir jemanden suchen? Keine Ahnung. Nope. Äh. Was für seine Affilität, weißt du das noch? Hm. Nein. Okay, du hast angreifen. Geh, guck zu. Okay. Oh, das war zu spät. Was? Was sagt der, der ständig angreift? Nur weil du anoptiert bist. Boah, weißt du, was anoptiert ist, bitte? Ich hab mir die Geschichte von Gwannping erzählt, im letzten Film. Ah ja stimmt, da war ja was. Wir haben ihn wieder zuerst die Gefahr. Du bist so versterbend wie der Fall ist. Gwann klingel, die Gefängse an. Du siehst ihn wirklich körperleidigen? Er hat damit angefangen. Ich beende es nur. Wir gekontert. Nice. Nochmal. Also Gunpeng, wie soll ich dir das erklären? Nein, nicht so. Nicht so. Es gab da uns, die dich geschlagen haben. Und es gab dich, der die Schläge eingesteckt hat. Also zwei von drei Leuten fanden Mobbing okay. Das waren wir zwei. Gut. Ich hab noch kurz. Rekrutiert. Rekrutiert. Die Magic ist flötengegangen. Ich sehe eine Rückwand. Daniel. Da ist doch ein Preisschild dran. Ich bitte dich. Wie gesagt, ich wollte es Barki geben. Mit dem Preisschild? Das geht ja auch nicht. Alles. Er hat alles bekommen. Auf das Preisschild. Sogar die Rechnung. Natürlich die Rechnung. Er soll sehen, wie wertvoll er mir ist. Oh Gott, das sieht so dämlich aus. Oh Gott. Ja. Es passt überhaupt nicht mit meinem Headset zusammen. Gar nicht. Nein. Der Tätsel. Hä? Es gab nur Einheitsgröße. Von einem Pfannen des Kupfes. Du hast einfach die Big Brain Energy. Big Head Energy. Richtig im Stream nicht benutzbar. Machen wir noch dritte in dem Schlachtfeld. Ich trage das jetzt einfach mal. Untersuchung auf jeden Fall. Ja, klar. Die Geschichte des Erzweins. So. Na. Alter, komm ich. Was kann ich werbe nicht runter? Nein, der bleibt nicht das. Das ist traurig. Warte mal, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich brauche 240.000. Ich muss aber nochmal nachschauen. Wir haben noch ein bisschen wahres Key gefunden. Vielleicht ist das ja schon ein bisschen. Aber ich habe jetzt zuletzt gar nicht aufgepasst. Oh, das könnte wieder eine Challenge-Run werden. Oh, ja. Da steht schon. So, Stufenaufstieg. Nope. Weniger als die Hälfte habe ich. Ich brauche 368.000. Ich bin bei 164.000. Oh, boy. Ah. Oh, oh. Händest du dich noch an den ersten Boss? An den ganz ersten Boss? Ja, an den ganz ersten Boss. Dann würde ich sagen, ich nehme mit... ...der Typ, der uns so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Okay. Ich bin bereit, zu gehen. Ich fühle mir seine... ...Bestien-Form. Meinst du, schon wieder gelber Turban-Zeug? Siehe. Ich bin durch dem... Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt runter. Zu, Jan. ... ... ... hier kommt Start What the fuck has happened Ja. Au. Wow. Einfach mal alles gefressen. Ja. Ja. Passt ihn. Ich habe das Gefühl, man hätte den Hardcore-Modus spielen müssen, damit man nicht so schwer aufgemacht zu machen kann. Ja, ich helfe ihm schon. Au. Der hat mir voll jetzt sich damit gekickt. Mit seinen Sturmball. Oh, oh, oh. Der Dropkick ist in Geglück. Das ist ja seine Stachel. Das ist ja auch kacke. Ich habe ihn, ich habe ihn. sehr gut Oh no, I'm dying, so kurz vorn ziel, so yes, aber es ist Kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Ich hoffe, doch, umreicher Sieg. Es war so eine Mittelstufe aus Nicht zu leicht, aber auch nicht wirklich schwer. Nicht zu leicht und what the fuck is happening? Ja, so ungefähr. Oh Gott. Ich muss gestehen, ich habe nur mitbekommen, was die Story jetzt nennt, aber da muss ich jetzt sagen, da bin ich komplett ratlos. Wir haben einfach nur einen tollwütigen Affen besiegt. Gab es in der Geschichte der Drei Reiche keine riesen tollwütigen Affen? Nicht so viele, meiner Meinung nach. Warte, excuse me, nicht so viele? So, okay, wir hatten jetzt nur noch das Battle Royale bei den anderen Schlachtfeldern. Das, was wir nicht gelegt haben, ja, dann hilft nichts weiter. Wir müssen die Hauptfest weiterspielen. Oh, ich habe mitgekriegt, dass ich beim Zerschlag davor habe ich einen Siegel nicht gefunden. Ja nun, ein Problem. Können wir gerne mal nachholen. Ich meine, wir schauen, dass wir uns hochbringen. Oh Mann. Ja, wir können die Quest, dann müssen wir die Quest davor nochmal machen. Oh, dann müssen wir die Quest davor machen, können wir machen. Oh, das wird vielleicht ein paar Level abgelaufen. Äh, das habe ich dir gesagt, genau. Das Unglück in der Zinnoberhöhle. Gut. Empfohlen, Stur 97. Ja. Kriegen wir? Nein. Wenn du da irgendetwas findest, was nach einem Detekt aussieht, also quasi nach einem Griffstück, lass es mich wissen. Okay. Und das suche ich noch. Ich weiß nicht, ob du das bei dir angezeigt worden hast, dass du das schon hast, aber ich hatte es nicht. Müsste ich selber mal schauen, ehrlich gesagt gerade. Kann man das innerhalb der Mission nachschauen? Nur beim Ausfall der Mission. Ja, bei der Ausfall. Glaube ich. Okay. Na, ich glaube, wir hatten sehr, sehr fragwürdige Momente in dieser Mission, weil wir da teilweise nicht wussten, wo wir langlaufen. Äh, genau. Domina, äh, Lidimi. Genau, die hatten wir noch. Bei uns, hinter uns? Nö. Ja, das war die so, so richtig große... Ja. Ja. Bühne. Mä. Gegen keiner. Nein, das ging ja schnell. Ja, das ging ja schnell. Nein, das ist nicht weiter. Ich habe einen Riegel bei mir in der Nähe. Achtung, du bist gegenüber der Brücke. Ja, ich bin gegenüber der Brücke. Ah, da hinten war ja die, 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 die eine Standarte. Genau, hier haben wir, äh... So, haben wir Wurfmesser. Müssen wir da oben weiter? Ich glaube, wir mussten da runter halt, äh, in der Mitte da den Weg. Früher oder später, ja. Aber... Irgendwo fehlt mir das verdammte Schriftstück, Alter. Gut. Dann haben wir das jetzt. Können wir hier weiter. Oh! Und dann müssen wir da runter? War da oben? Ja. Was, jetzt müssen wir da runter oder war da oben? Wir müssen da runter. Achso, okay. Achso, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ach Vogel! Ihr kontert! Der Vogel! ich habe ein faultier gerettet ja faultier ist da faultier ist happy kannst du mal nachschauen ob es das heißt dabei noch eine kleine standarte hier oben oh ja die hat immer gab es nämlich noch einen anderen weg das ist ja auf der anderen seite ich weiß es gab zwei eingänge von unten die mal nach oben gehen mussten aber da geht dann nichts irgendwas war hier doch ich habe auf jeden fall noch eine kleine standarte ich bin zurück ich komme hinterher ich war hinter dir schuhe ist drachen strategen der kleine kriegel der wollte auch was in sein leben erreichen was ist denn die da liegen oh bist du vergiftet aggressiver motor und zurück oh hast du gut gemacht yes oh i don't like you i would like to be poison oh yeah, 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 yeah but also to search for the missing governor of jing province since the disaster caused by yuji in the old province has been into chaos my husband shares the same royal blood as governor lu as him now, he is not the kind to leave his brethren the hot oh god, du hast die peitsche rausgeholt lady me oh, das ist lady me sie macht ihren job gut, das muss man schon sagen ja, das soll ich bezahlen, hoffe ich doch du bezahlst sie? oh abend exotate gott, das wird mir ja gar nicht bei mix it up angezeigt, die chat-nachricht mix it up äh, das ist mein Chatprogramm, das ich nutze ja gut, dass ich noch das andere Fenster offen habe ich hätte die sonst sonst echt nicht gesehen, das ist nervig keine liebe Provenzer müssen die hier hoch, war da was? warte, warum bin ich schon wieder alleine? what the fuck? warum bist du alleine? ich hab keine Ahnung ich hab auch keinen okay, sind tot, das ist cool, ich hab keine Panik gehabt aha, ich mob dich okay hat sich die reichweite von den dingern ist echt beschissen ich hab schon data gefunden ich hab einen durchgang gefunden ich lau wieder runter ja, mach das mal ähm, hier ist irgendwo norden von mir ja äh, weißt du wo du... ah ja da ist Lady Mii oh, da ist ihre ich hab nen Typen da unten, das sehe äh, weißt du äh, klick lass mich ihnen in die du hängern ich muss gerne welcher ich hab' da achso, hab hier oh, verdammt wieso... wieso land ich da auf einmal... der Weg ist zusammen gebrochen, oder? sagt doch einfach dass ich fett bin du hast es angedeutet da bin ich mir sehr sicher so wie es sollten auf jeden fall ja das wir müssen auf jeden fall suchen wie man acht wieder hoch kommen weil da gab es jetzt vergiftung gefunden ich unterhalte mich mit fanta kitty aber ich bin tot ich bin kommt sein weg gegangen und komplett anders wo du bist hallo ja du bist nicht mein weg gegangen ich mein weg ende der pfanda kitty not for you mit der katzen bin zu finden es kann nicht immer alles lang bei dir sein wo hat ich gratten lecker ich hatte gar nichts gefühlt so jetzt ist aber weg der schwingel ja kann sein dass man da hier irgendwo in der mitte noch hoch muss wie er zusammen ich sehe ich sehe ich sehe und ich mache immer haben wir schon hier deine schriftrolle bekommen soll ich was leichteres jagen ok fragen ok 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 ich habe heute viel monster handag gespielt weiß ich habe dieses draußen mal ausprobiert war schrecklich ich bin das einfach nur alles unübersichtlich hoch 10 meine güte ich glaube das machen die mit absicht wir mussten glaube ich bei zwei sachen irgendwo hoch und aufschließen ich glaube bei eins sind wir schon vorbei ja da können wir aber zurück das ist jetzt nicht das problem und das andere ist hier glaube ich mit einem weg habe ich geöffnet das weiß ich so können wir hier hoch es sieht nach gut hier aus so weil hier konnten wir öffnen genau das war aber schon hier ich glaube da müssen wir hier oben bei mir geht es weiter weil ich habe einen affen ich habe einen zauberer und ich habe einen typ mit einem hammer ich habe einen typischen okay das ist ganz größe los oder was ich glaube ich würde sagen ich glaube kurz vor dem boss ja ja wir sind da kurz vor dem boss glaube ich knapp verlaufen also wir haben alles für keinen standarden das einzige ist vielleicht wieder haben wir die die schriftvolle aufgesammelt oder nicht das kann ich dir jetzt aber nicht sagen hast du da den gang geöffnet ach ne da ist er ja ne da warst du noch ne da ab was ich öffnen konnte Siegel des Oberbefehlshabers wo bist du und wie bist du dahin gegangen ähm beweis noch den langen gang ach ja das hast du auch gemacht okay stimmt die Daten habe ich das hier kommen die glaube ich gleich entgegen wenn es richtig ist ja ja ne du warst da schon das passt ich will Geld schon wieder ja wie konnte ich das nur vergessen ja wie konnte ich das nur vergessen ja das ist vergessen ja und da liegt was ich glaube hier war auch noch etwas aber warte mal war es da hinten fuck you so ist das noch gegner nein da waren so spider teile oh da da hier wahrscheinlich oh da ist ein weg ja da ist ein weg ba okay ja kürzel ja 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 Großer Vogel macht auch Aua. Großer Vogel, ich weg. Hast du da hier das aufgenommen? In der Mitte? Ja. Oh ja, hier oben ist noch was. Ja, daran erinnere ich mich, aber vielleicht hättest du da was vergessen. Genau da sind die Typis. Mach ich nicht. Und der blöde Affe hat es nicht mehr mitgekriegt. Ja, das hat aber mitbekommen. Wie der Affe. Stimmt, da war die Inv... Ja, Invasion, die irgendwie kam. Da, 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 da. Ja, da, da, da. Wir haben Wolt hier. Da ist ne Kiste. Stimmt, da kann man rüber hier. Da war Trashy. Ist mein Panda. Ja. Für dich und mich. Ist das so vertrekt? Oh, schafftern. Ist ja eine Menge Standarte, die hier gestorben sind. Irgendwas will ich da. Ja. Ja, fühl dich besser um. Kommt hier auch nicht. So, wir verstehen uns. Er ist tot. Gut. Ich nicht. That's it. Ah, hier ist noch etwas. Das ist die ударung. Ah! Das ist das. Das ist das. OK. Das war's für heute. ich habe hier was für dich das hast du schon okay jetzt kann ich ein level aufsteigen ja das ist doch der punkt die schrift rolle oder was auch immer das steht dann wenn du gegenstände aufsammelt dass das hier schrift rolle aufgesammelt hast also wissentlich zumindest nicht mehr gut besiegen halten boss schauen wir danach na ja wenn wir jetzt keine chance haben danach zu schauen bringt ja nichts darum darum zu rätseln bereit so So, ja. da ist mir die framerate nach unten gegangen das ist ja Oh ja so jetzt aber Japp, er will nicht. Eros, haben sie raus. Schönen guten Abend, dir auch. Willkommen hier im Stream. Können wir mit ihm reden? Ich glaube, das hat sie von allein erledigt, dass man mit ihm reden muss. Gab es damals noch eine Abschiedssequenz? 20.25 Uhr. Jetzt wäre gut, wenn du mal nachschaffst, was dir fehlt genau. Dieser Stopptroll hat gefehlt. Ich kann dir gleich sagen, ob es dir noch fehlt. Würde mir gleich angezeigt werden. Ja, es wäre schön. Weil wir haben jetzt gefühlt alles aus dem Level rausgelootet. Jupp, wir haben sie aufgenommen. Yay. Da haben wir die aus. Können wir die letzte Quest nochmal in Angriff nehmen? Ich würde aber gerne nochmal in den Dorf zurückgehen. Du möchtest mal in den Dorf zurückgehen? Ja, weil ich will mich umskillen. Okay, dokeli. Okay, dokeli. Dann einmal Co-op beenden. Oder was machen wir da am besten? Ja, ja, ich habe jetzt auf Co-op beenden gemacht. Ähm. Weil, dann komme ich. Nur vorübergehend. Okay, Iroh? Nur vorübergehend. Okay. Okay. So, weil, ähm, wir wollen uns hier abstimmen, welches Element wir nehmen. Something you want. Ich bin im Moment komplett auf Erde. Ich bin Metall und Feuer. Aufgeteilt. Und sonst hätte ich gesagt, vielleicht Wasser und Holz. Was ist denn noch Holz denn jetzt? I don't know. Weil normalerweise bin ich Feuer und Co-op Wasser. Oder Feuer und Metall war ich. Also ich bin quasi Rot und Braun, bin ich. Das geht. Ja, ich habe auch, glaube ich, Metall vorher. Ja, ist Metall denn gelb? I trust you, Black. Ja, ist gelb aber, glaube ich, Metall. Okay, dann bin ich quasi Feuer und Holz. Ich dachte, man ist ja Boden gewesen. Es, äh. So. Da, ähm, muss ich mal schauen. So, man bauen deswegen die Knars. Also vielleicht grün, gelb oder blau. Für den drei, vielleicht zwei auswählen. Ja, ich schaue mal gerade, ähm, was ich machen kann. So, weil Holz geht ja hier viel um Zauber. Ja, Metall macht sehr viel. Ich bin mal Metall und Wasser, zur Hälfte. I trust you, Black. Was ist denn los? Ich brauche den Zucker. Ich muss aufgreifen. A.K.A. Cola. Ah, okay. Ich brauche ein bisschen. Zucker. Zucker. Nee, wir sind echt zu lang unterwegs gewesen heute. Also, hast du gesagt, wie lang das bei dir war heute? Ja, wie gesagt, der Rückweg war ein bisschen anstrengender als der Hinweg. Aber nichtsdestotrotz, was gut ist, er reicht heute. Dreimal davon haben ein schönes neues Gurt gekriegt. Ja, ist doch schön zu hören. Das ist einfach, was fucking anstrengend ist. Ich bin dieses lange Autofahren echt nicht mehr gewöhnt. Hm, kenne ich so gut. So. Aber ich habe schon was gegessen, habe nebenbei schon ein bisschen Pizza gemacht. Ja, aber ein bisschen gehört. Ab und zu. Sorry, sorry, sorry. Macht nix, macht nix. Ich habe mal ein bisschen den Zuckerhaushalt wieder hochgeschrieben, dann sollst du ihn weggeben. Zehn Jahre früher hatte ich zum Energydrink gegriffen, aber nein, das sieht halt aber nicht aus. Nee, das mache ich auch nicht mehr. Ich habe es mal aus Jux und Dollerei vor drei, vier Wochen mal versucht, mal wieder so einen Energydrink anzufassen. Aber dann greif es einfach nicht mehr mit. Das habe ich letztes Mal auch gemerkt bei mir, deswegen fasse ich die Dinge ja auch immer an. Also, exactly die gleiche Begründung meiner Seite. Wenn dann wirklich den Blatt der Koffein entweder durch einen Kaffee oder halt wirklich nur durchhalten. Zwei andere Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Ich bin ein Rockstar-Versehrer gewesen. Also, ich habe das Zeug teilweise getrunken wie Wasser. Ich habe immer durchgewechselt bei mir. Ich konnte mal ein bisschen mehr Sleep nutzen. Vielleicht habe ich noch nie gearbeitet. Ich hatte mal versucht mit einem Monster, aber das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht geschmeckt, komischerweise. Obwohl eigentlich fast so viel mehr drin ist. Ja, bei mir war es lustiger. Ich habe gerne ein Monster geholt, aber halt so zum Beispiel sowas wie Kirsche etc. Und dann noch so Kirscheistee dazu. Und da habe ich mit einem Kumpel immer geteilt, dass man so Hälfte-Hälfte machen und das war dann ziemlich cool. Na, ich habe ja meistens auch immer, wenn ich so ein Angebot gesehen habe, habe ich sofort mal gleich stiegenweise geholt. Also quasi von 3-Fall, da habe ich mal 2 Stücke, bin gleich immer drin. Ja, und habe ich ja noch unterwegs zu arbeiten, dann hatte ich Dinge auch in meinem Cover-Romenten stehen. Oh Gott, ne, es ist sowas bei mir da nie. Weil ich habe mir immer nur so eins geholt. Ach gut, passt. Das verkauft. Das sollte nachher draußen sein, wenn du guckst. Ja, habe ich gesehen. So, laufen. Okay. Discord? Ja, ich kriege keine Nachricht. Mach ich nur runter. Achso, ja. So, ihr könnt warten. Gut, Einladung annehmen. Ich habe bei mir die meisten Surfer auf stumm geschalten. Weil ich es einfach hasse. Gerade wenn du irgendeine Chat hast, der aktiv ist. Plup, 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 plup. Ich habe halt manche... Also, wir schlafen gehen, da ist die Handy-App drin. Ja, genau. Es gibt ja auch einfach manche Server, die nutzen halt unentwegt bei jeder Gelegenheit hier, everyone, etc. Es geht mir so auf den Keks. Rieche, ganz oft. Ja. So, jetzt muss ich eigentlich noch Zauber festlegen. Das sieht schon wie ein neuer Skill aus mit dem Klammenschwert. Ja, ich bin gerade so weit. Auf Discord nervt, sind Betrüger oder Arka-Scammer. Ich kriege im Moment super viele so Freundschaftseinladungen von Leuten, die ich... Worum geht es denn in diesem Spiel? Was? Das musst du mal erklären. Worum geht es denn in diesem Spiel? Hast du das erklärt? Monstertöten. Dämonen töten. Nee, aber ich kriege halt, wie gesagt, wirklich dauernd auf Discord im Moment Freundschaftseinladungen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Nicht, weil irgendein Surfer sind von mir oder sonst irgendwas. Da habe ich halt kein Problem mehr damit, die es jetzt ignorieren. Also grob, hier geht es darum, wir befinden uns in der Zeit der streitenden Reiche der China. Weit, 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 weit in der Vergangenheit. Äh, falls dir die Romane der Drei Reiche was sagt mit den Shu, Wei und Wu, äh, Isis einfachster Abklatsch ist Dynasty Warriors, äh, für den gehobenen Standard unter uns ist es, äh, die Romans auf der Street Kingdom Reihe, eine schöne Strategie Reihe. Äh, ja. Wir bewegen uns in dem Fantasy Bereich, äh. Also ungefähr 1639 bis 1651. Nee, das ist was für Halsschild. Nein. Wollte ich gerade sagen, so was? Ich bin... Ich hab keinen Wikipedia-Eintrag lesen. Wikipedia ist nicht dein Freund. Ja, ich bin irgendwo in Schottland gelandet, aus Versehen. Liegt um die Ecke. Nicht so nett um die Ecke. Ah ja, 200... Ist das wirklich da? Ja, das kommt er hin. 208 bis 280 nach Christus. Das kommt er hin, richtig. Äh, ja, wir bewegen uns aber mehr in dem Mythologie-Bereich. Äh, böser Mother Trucker hat ein Elixier erfunden und verwandelt die... Alten Generäle und Umland in blutrünstige Dämonen. Und wir sind natürlich der Einzige, beziehungsweise die beiden Einzigen, die das alles aufhalten können. Wir sind die Auserwählten. Wir sind... Das Gute im Bösen. Das Licht im Schatten. Die Bremsspur in der Unterhose. Magst du jetzt mit Darkwing Duck weiter? Ich wollte es gerade sagen, ja. Wir sind Darkwing Ducks. Hahahaha. Macht sie? Wir sind sozusagen darum, die Leute, die, ähm... Oder die Bösen, die andere in Dämonen verwandeln, Einhalt zu gebieten. Also es... Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Es basiert auf einer Romanreihe. Gepaart jetzt mit, äh... Mythologie und, äh... Ja. Schwachsinn. Das ist der... Das Spektrum, in dem dieses Spiel bewegt. Ähm... Ich find's gut. Mir gefällt das Kampfsystem, hoch 10. Äh... Knackig schwer teilweise. Un... Verschämt knackig schwer teilweise. Unverschämt knackig schwer. Und... Ja. Hast du schon knackig schwer erwähnt? Und unverschämt vor allem, glaub ich, ne? Ja, unverschämt vor allem. Das sollte man echt betonen. Ja, ähm... Ja, wir haben's jetzt lange noch rausgezögert. Ähm... Ich glaub, letzte Lacht im DLC. Lacht. Soll... Ist nicht schön, ist schwer. Unverschämt schwer. Und knackig. Und lang. Und lang. Ja, also... Kurz gefasst, das ist die letzte Mission im letzten DLC. Wir haben's lange rausgezögert, wir haben's schon mal gemacht und sind am Boss verzweifelt. Es ist das schlimmste Vergehen in diesem Spiel, dass man vor einem schweren Boss kein Save machen kann. Ja, dass man nicht sagen kann, ey, aka Dark Souls, wir starten wieder bei der Nebelrand. Nope. Wenn du einmal quittest, dann darfst du das ganze Level nochmal machen. Und so sind wir hier. Mit einer Standarte, wir müssen sechs große Finten und acht Klammern. Uuuui. Dark Souls hat eine Open World, das hier hat keine Open World. Leider nicht. Du gehst hier von Mission zu Mission, wirst hingeportet. Und wir können jetzt auch hier in diesem Missionsgebiet nicht in andere rein. Und die bescheidene Bescheidenheit, dass die DLCs mittendrin in der Geschichte spielen. Quasi, der erste DLC spielt, glaub ich, 15% in der Story. Das zweite DLC steht 50% der Story. Und das hier quasi wär's das DLC, was nach der Story ist. Ja, deswegen hat's mich so verwirrt. Ich bin mal eh gespannt, was jetzt dann ist mit den neuen Elton Ring DLC. Oh ja, das kann ich verstehen. Nee, die Figur, es sieht geil aus wieder da. Ach, ich muss ganz sagen, Melenia war schon smack sie as fuck. Und ich kotzt mich immer noch an, dass ich sie mir nicht holen könnte. An incredible fight. Nee, ich hab's mir überlegt damals, ob ich mir das hole. Das Problem war, ich hatte nicht mehr ansatzweise die Gelegenheit. Also es war wirklich so ein... War das echt einfach so direkt an... Ja, okay, I remember, I remember. Yeah, now you remember. Das war wirklich quasi... Ah, guck mal, hier ist sie und weg. Aber, 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 nur weg. Ja, so ungefähr. So, das war... Hier hatten wir letztes Mal schon... Die letzten 10 Minuten, die habe ich schon date gesucht. Nein, diesmal habe ich sie mir gemerkt, wo die liegt. Ernsthaft? Also die letzte, ja. Weil das war so... Äh, das, 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 das war so Klassiker einfach. Ähm, die man so übersehen kann. Na schön, dann werde ich mal den Chat verlassen. Ähm, da wünsche ich mir, wünsche ich mir die Achtung. Schönen Abend, Heros Hamzeros. Und, ja, wir werden uns wahrscheinlich, äh, irgendwann wieder bei Salia lesen. Oh, hi. Ja, schönen Abend dir noch. Bye, bye. Nice. Was für den? Ich habe ein Date. Leider endet, der ist tödlich. Ach, war das dieses Sushi, von dem ich mal gehört habe? Ja, das ist das Sushi. Oh, mein Inventar ist voll. Ja nun. Okay. Cool. Ich hätte aber vielleicht zum Sof und was gekauft. Ich soll einen Thrashtop machen. Oh, damn it. Oh, ich bin tot. Wie das? Habe ich gar nicht mehr. Ihr konntet. Und abgemockst. Rüstung der Aufmerksamkeit. Wie aufmerksam. Ja, ne, ich bin nur in der netten Lady da voll reingerannt. Ich bin so um die Ecke. Hey, wo bist du? Bist du hier? Und bam, schon drin. Hey, Mama. Kennst du eigentlich, äh, wie heißt der, 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 der Anime? Von nur super. Musst du kennen. Ja. Aqua, ja. Ja. Habt ihr was? Ja. Ich habe da vor kurzem jetzt mal endlich einen Film angeschaut. Dann musste ich ja auch mich kaputt lochen. Hey, man muss halt wirklich sagen, die haben echt gut die Serie getroffen mit dem Film. Ich bin da auch immer verwirrt bei so, 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 Filmen von Serien. Wenn die versuchen, die Story weiterzuerzählen in der Serie, das alles wieder rückwirkend, äh, rückgängig machen. Ja, okay, aber das ist dann fragwürdig. Das, das sehe ich auch umverein. Ja. Das, für mich ist es nur teilweise schlimm, wenn wirklich gewisse Sachen wirklich nur über einen Film erzählt werden und wenn die Serie trotzdem weitergeht und denkst du, ey, du musst doch wissen, was da passiert ist. Hm. Wow. Okay. Äh, warte mal, ich gehe mal kurz auf die andere Seite, weil ich habe da doch einen Verdacht geleistet. Ne, 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 ne. War es hier oben oder unten? Ich glaube, es war hier. Du oder ich? Ne. Es war woanders. Wir können hier weiter, wir können drüben weiter. Ja, weil ich mag zum Beispiel bei Bleach den Ansatz, wie sie mit den Filler-Charakteren umgehen. Die werden einfach in die Haupthandlung importiert. Bleach hat aber auch sehr viele Filer. Filer, Filer, Filer. Äh. Ja, weil da gab es noch eine Filler-Folge, wo es halt um die, die, die... Die Geister geht, ähm, die halt in diesen, diesen Flüschtieren da leben. Oh, da bist du! Ich muss helfen. Ich habe zwei Tänne-Riegel und einen großen Riegel. Oh, no! So. Ich will in einen Kinder-Maxi. Ein Kinder-Maxi-King! Großer Dude! Großer Dude! Sorry! Ich habe mich nicht genannt. Lauf! Oh, scheiße. Wo bin ich hier? Ich bin in irgendeinem Raum gelandet. Wo seid ihr? Ich bin in irgendeinem Raum gelandet. So, ich bin noch mit großer Dude beschäftigt. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, was ist es? Ich bin schon mal... ... ... ich habe in der zeit vergiftet noch schnell so hier war jetzt nichts mehr so kleine standdaten haben wir hier hier unten gab es noch was kleines ich glaube hier können wir noch ein bisschen erkunden hier kommt man noch was einsetzen ich habe das eine große ich habe 100.000 das muss man ausnutzen so Oh, dich gibt es ja auch noch! Ja gut. So, wir können jetzt rüber auf die andere Seite. Ich habe dich schon mal verwirrt. Feuer und ich sind zwar in Elemente, aber trotzdem können wir wollen das. Sollte man hier kaum wieder blenden. Ja, wir waren noch nicht auf der anderen Seite. Ah, der große Käfig. Ui! Oh, ich bin tot? Was? Warum? Ich verstehe nicht. Das ist ein Krokodok. Krokodok hat mich mit Krokos. Ah! Oh Gott, wir haben Schmerzen gerecht. Ich muss gerade an Deadpool denken. Ich habe einen Trash-Bandard gefunden. Ich habe einen Trash-Bandard gefunden. Ich habe einen Trash-Bandard gefunden. Aber ich habe einen Gegner gefunden. Ich habe einen Trash-Bandard gefunden. Ich habe einen Trash-Bandard. Ich komm schon klar. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich geh jetzt mal auf. So. 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 Wenn du die Konterst, dann sind sie sofort gestunnt. Oh ja, du kennst doch diesen Platz, mhm, kennst du ihn? Das war von dem Magier weg, dann gucken wir den Linken, in wem herzlichen Typen, der Hellebar, du hast von dem Herdschock, eins noch beiden. Ich würde den Linken herzen hinnehmen. Kriegen wir ihn hergelootet? Ja, kriegen wir. Oh, jetzt haben wir einen anderen noch da. Oh, der andere lebt immer noch, der ist aber gleich tot. Okay. Komm, T-Jaw. Stop. T-Jaw-Time. Oh, das war erfolgreich. oh oh no if I'm dead oh darling kurz vorm stun wieder das läuft besser als vorher mittlerweile kennen wir es ja so drei kleine standarte fehlen uns noch da ist ein großer panda mitnehmen ich habe gerade eine standarte eingepackt und die wird mir nicht angezeigt what the fuck wie viele standarten brauchst du noch 1 3 also eine große drei kleine standarte eingepackt hat dann bei mir anscheinend nicht gezielt wieso bist du bei 5 4 ich bin bei 55 jetzt aber das ist auch bei mir so aber ich habe 55 gehabt bevor ich schon die standarte reingemacht habe das ist das was mich da wird lass mir das mal runter ah fuck it ah jeje bist du ich's haupt hoch ich ja ne na ich bin oben da geht's weiter oder was ja da bin ich halt weiter gegangen sagen wir es mal so ok 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 da hinten ist der standart das wissen wir ja da kommt man hin indem man da hinten runter fällt das ist auch noch easy peasy das ist klar der einfache teil so das war die einzige standarte das ist immer noch zwei kleine eine sehen wir dahinter aber eine haben wir anscheinend komplett vergessen eine kleine ist glaube ich da hinten und die kleine das ist die wo ich übersehen wo wir ich gefunden habe letztes mal müsste eigentlich hier unten sein es war irgendwo ein kleiner gang wo wir ein paar mal um die ecke gegangen sind und da war auf da war eine tür so eine die man ganz schnell übersehen kann genau eine die man ganz schnell übersehen kann wir müssen eh noch ein element weg machen einer fehlt noch ja ein element fehlt noch ich glaube entweder holz oder elektro hier hoch ja ach so da hast du schon wir kommen wir kommen natürlich nicht weiter wir kommen natürlich nicht weiter wir haben ja das bost haben gesagt wollen wir noch nicht ah das grüne element fehlt noch das grüne grüne element ist eine überraschung ok dann gehe ich mal hier runter ich wollte wieder zu dir aufschließen nachdem ich mal runter gefallen bin ah ne ich glaube du warst unten dann schon auf dem richtigen weg wir müssen da unten ich bin jetzt wieder oben vor der bostür da müssen wir glaube ich noch nicht hin was war hier unten hier unten war der der kleine da war ein durchgang der kleine durchgang führt zu dem hauptsaal der hauptsaal zeigt uns an dass uns das noch fehlt ok warte mal ich gehe jetzt hier irgendwo runter dann komme ich vielleicht zu dir ja hier geht es runter ah ok das war der bereich mit Wassernympfe und dem typi oh das ja das ist gut äh war das hier auf der anderen seite haben wir beim feuer irgendwas übersehen eigentlich nicht oh doch wir haben im feuerbereich was übersehen ok ein ganzes segment wenn man so will ja ja wir müssen ja noch ein ein element weg machen also ja ich gehe davor gut ich schau mal dass ich irgendwie zu dir komme ah da sind diese großen gegner so ähm papapam bist du wieder eins runter ich bin im feuerbereich bin ich anders abgebogen da wo quasi wie gesagt habe wir gehen nicht weiter ok glaube ich weiß wo ok glaube ich weiß wo ok ich bin auch glaube ich auch falsch abgebogen oh ja hier da bist du und da und da und da auch und da längst und da längst und da längst da sind wir ok aber stimmt vorsicht da ist ein gegner oben und da ist äh war nicht baumtypi das ist nur das in der pflanze baumtypi habe ich schon tot gemacht einer auf jeden fall ok okay 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 か ingred gar Kin earn hat der Was? Daran bin ich gestorben? Nein, warum sind welche? Ja, aber ich bin gestorben. Ja, irgendwo kam man hoch. Ich habe hier einen Weg. Ah genau, da war es auch. Vielleicht so, bin ich hier. Wo ist ein kristallrares Kee? Nein, gleich. What the hell? Ich weiß aber nicht, wie wir da rankommen. Doch, kein Weg gefunden. Oh, Trashpander hier. Ich glaube, den haben wir letztes Mal gar nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Äh, da wo du hochging. Ist das echt so weit weg für dich? Ich meine, es ist die beste Woche. Weißt du das? Ah, direkt vor die Schluss, komm. Könnte hier mal gut hin. Was ist denn das? Ach, ein Heilungspulver. Fuck. Wo ist die Standarte, die uns das noch führt? Äh, ich kann es dir zeigen, komm. Du musst mir nicht zeigen. Du musst es ja aktivieren. Ich wollte es dir nur zeigen, damit du es auch weißt. Irgendwann. Ja. So, jetzt haben wir alle klein. Oh, je. Drakennale ist seins, den ich auch gerne möchte. Wo? Oh, is hier? O, ja. Wo du bist? Oh. Oh, ist hier? Wo du bist? so jetzt haben wir immer noch eine fehlende standart die ist da oben beim boss kurz vom boss wir machen jetzt erst was für auf immer noch kurz auf da kann ich noch ein level ab machen ich habe letztes mal schon alles reingeschmissen obwohl sieben mal drei ist 210.000 oder 30.000 oder ich brauche ich es würde nicht reichen oh man hier we go da 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 nä da 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 HEY We will humans! Despair at your powerlessness! Dannen, 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 dann, 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 dann. Oh, damn it. Die zweite Phase, von der wir nie vergessen haben. Oh, ich bin tot. Ja, es gibt die zweite Phase, wo wir alle vergessen wollten. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, damn it, wegen Feuerschaden gestorben. Das ist super. Ja, da ist er jetzt. Oh, jetzt hab ich... What? Super. Der Gang ist gestorben. Ich glaube, mir wird jetzt einer sagen, der gedacht hätte, dass das eine gute Idee ist. Es ist ein wenig zu tun. Das ist ein wenig zu tun, ich bin tot, ich bin tot. ich hab nur noch 4 heiltränke ich bin da und ich hab nur 5 ich hab nur noch 5 ich hab nur noch 5 ich hab nur noch 5 denke ich das ist bei ihm grün ich hab's das kommt von mir in dem sinne hat doch auch kein neues geld hat mir gesagt hast du einen grünen skill tree das muss den skill tree bei den grünen er ist gelb seine angriffs aber gut an gelben angriff hatten braun an gewunderten grün angriff also warum hat er einen zusätzlichen skill tree bitteschön und everything is fucked up derweil ausrüstung kann ich das hier sehen ach ja metall ist es metall und wasser und ich kann mit über metall halt sehr viel dir so gibt taubersprüche das hier das hier ja ich weiß das aber das ist nicht grün bei dir ist das auch aber er hat einen grünen skill er kann quasi eine grüne farbe wechseln aber braun und gelb das ist das auf mich verwirrt verständlich ja komm jetzt drei oh gott bringen wir es hin zu uns haben wir es hin zu uns Ich habe einen kleinen Gifte gesehen. Ich habe einen kleinen Gifte gesehen. Wooh! So, gar nicht mehr versperren. Warte, kass, aber auch. Ich verstehe einfach nicht, wie schnell er sowas machen kann. Unsere sind so viel schneller wie meine. Der ist zehnmal größer wie wir. Oh ja, schön, danke. Darf ich mich wieder handverwenden? We need to regain our momentum. I cannot die yet. Not here. Du bei was kannst du eigentlich? Warum bin ich ausgewählt? Okay. 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 Jetzt haben wir erstmal die erste Phase geschafft. Stromsieh, Drachenpulver, 5,5,5,5 Jetzt geht doch Spaß, jetzt geht's nicht so los Yubai steht natürlich wieder mitten in den Gründer Und dann geht's nicht da hin Und dann geht's nicht das und dann geht's nicht das Wieso ist das Was die gekonter? Nee, darf nicht. Fuck yeah. Ja, Liu bei wieder eher cold. Da bin ich schon wieder. What? Ich hab nicht mal gesehen, dass da irgendwas rotes gemacht hat. Ganz ehrlich. Langsam bin ich lächerlich. Ja, ist auch lächerlich. Gekontert! Ich hab nicht mal gebacken gewonnen. Ich hab nicht einfach gesagt, was wir den Griffst. Ich habe jetzt noch nie erlebt, was wir den Griffst, was wir? Das ist ja nicht. Ich komm nicht mal an, an ihm. Oh ne, jetzt hat er mich. Ich bin aber noch da. Ich hab zum Glück Drankenheilungspulver kurz davor genommen, das hat mich wirklich gerettet. Das hat echt toll. Das wird aber leider aus von ihm. Äh, ich hab noch eins. Oh na, ich bin tot. Danke. Okay. Clamp that. Oh, das war's für mich. aber er hat mich er hat mich nichts was mich halten kann ich kann nicht aufstehen meine fresse das ist doch ich finde ich irgendwann die bitte noch auf ich liege ich liege auch das gute ist so weit waren wir noch nicht das schlechte ist so weit werden wir die wahrscheinlich nie wieder kommen problem ist ich habe meine ganzen drachenpuffer die ich bis jetzt aufgehoben habe ich habe jetzt quasi gar nichts mehr die haben mir quasi bis dahin echt den Arschel rettet das war wirklich das was mir als geholfen hat meine drachenheilungstöpfe zu sparen dass ich quasi drachenheilungspulver benutzt habe die kann man auch nicht kaufen oder ne die kann man nicht kaufen weil das habe ich gerade geschaut ja was soll ich sagen ab hier wird es dann quasi wieder schwieriger weil ich nichts machen kann ich habe auch nur noch ein drachenheilungspulver in reserve also so ich war von hierbei gerade nicht so überzeugt muss ich gestehen was hast du nochmal abgedeckt du hast Wasser abgedeckt und Metall und Wasser Metall und Wasser dann brauchen wir noch einen grünen Typen grünen 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 nö 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 na komm hier haben wir die einzige Frau die wir haben als NPC vielleicht bringt die uns ja ein bisschen was dann haben wir mindestens alle fünf Elemente abgedeckt das mit dem drachenheilungspulver ist echt scheiße ja ich habe das auch gerade gehabt ich habe auch alles von mir aufgebraucht so und geh kommt dann Bis zum nächsten Mal. Die Kontert. Also der geht nicht. Der Stun anzeige nicht mal. Ich habe das Gefühl, dein grünes Zeug ist gegen alles und weil ich sehe immer nur einen Konter von ihm. Aber ich habe nur einen guten Karten noch nicht. Nein, du hast es glaube ich nicht gekuntert. Kommst du klar? Nein, du hast es geschafft. Oh, come on! Nein, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hast es geschafft. Nein, nein. Ich hab nur 5 Ich bin aber gestand. Und tot. Danke. Ja, jetzt. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Selbst im nasochistischen Dark Souls-Standard führe sich das nicht so einigermaßen entertaint. Das ist ja eigentlich nicht so einigermaßen. Das ist ja einfach nicht so einigermaßen. Das ist ja auch nicht so einigermaßen. Oh, ich bin tot. Shit, ich hab gar nicht gemerkt. Oh, ich bin tot. Schön, die Spälle gefluckt. Ja. Ja. Wow, ja. Fuck, ey. Alles aufgebraucht, aber... Ja, ich auch. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Sieh, ich bin tot. Toll, ich bin tot. Wie oft muss ich denn noch ausweiten? Oh, der hat recht. Okay. Diese Fallanimation, die dauerte nach 10 Minuten, 10, wie kommt es extra? Und ich bin auch tot. Ja, das ist voll nervig. Ich stehe schon längst neben dir, ich will dir aufhelfen. Ja, dann hast du noch nichts. Ich muss noch kurz aufstehen. Ah, ich stehe ein bisschen theatralisch. Ja. Ich bin so eine Diva, ey. Das bist nicht nur du. Das bist nicht nur du. Ja, nee, es hat mit den Dicks so gut geholfen, mit den Drachenheilungstöpfen. Oder nicht Drachenheilungstöpfen, mit dem Drachenheilungspulver. Ich bin fast so weit zu sagen, dass ich mich offline nochmal zwei, drei, vier, fünfmal hinlegen muss. Ich habe kein Problem damit. Im Moment habe ich auch eher gerade weniger Lust auf das Spiel, weil das frustriert ungemein, wenn die beste Chance nur einmal nutzen kannst. Und vor allem es nicht verständlich ist. Erstmal war das wirklich glückabhängig, wenn er die Täterform benutzt hat. Aber es war so Extremes. Nee, das ist für mich aber auch kein... Der Spam ja die Attacken teilweise raus ohne Ende. Ja. Und du hast halt teilweise, also bei manchen Attacken wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde der Zeit. Und die ziehen hier mindestens die Hälfte des Lebens ab. Und das ist für mich einfach nur unfair. Ich sehe da wirklich gerade keinen Spaß darin, ihn nochmal und nochmal zu versuchen. Same. Muss ich leider so sagen. Da sind die Negativwertungen für die DLCs definitiv gerechtfertigt. Aber es ist... In jeden drei DLCs hatten wir das aber selber Probleme gehabt. Erst die ersten Bosse waren lächerlich. Und dann kam dieser Difficulty Spike hoch 10. Und der hier, der schicht jetzt alles ab. Einzige, was wir vielleicht noch problemen können, dass wir in schweren Modus mal kurz wechseln, die ersten Missionen zusammen machen. Und dann vielleicht überleveln. Wenn man dann quasi den Level Cap erreichen kann, das wäre natürlich interessant, ja. Ja, dass man hier mit Level 160, 180 dann hier rangeht. Weil das hier, das ist ja gerade nicht unter alles auf. Ja, vor allem noch ein langes Level dazu. Ja, das ist zum Beispiel. Wenn wir jetzt noch wieder aufhören. Das heißt quasi, wir müssten dann wieder gefühlt wie eine Stunde lang allein unterhalte spielen für das, was wir jetzt mittlerweile dreimal schon gesehen haben. Hm. Das Spiel hat so viele schlechte Sachen. Das ist schon langsam echt eine Hassliebe, nichts anderes mehr. So viel Cenk. Ja. Das kannst du leider nicht anders erklären. Wollen wir mal was Entspannenderes machen? Was ist was Entspannenderes machen? Etwas mit viel, etwas mit viel Lesen und Runden. Mit Runden Lesen? Ja, ich dachte in Divinity. Ach du Kack, das muss ich erst mal runterladen. Ach, okay. Das hab ich doch sagen müssen. Ansonsten Helldivers. Was? Ja, für einen Krieg. Ja, I don't know. Das ist zwar genauso hektisch. Das Spiel ist mir gerade für mich, tut mir leid, das zu sagen. Ich kann es verstehen, deswegen schlage ich das auch gerade vor, weil für mich ist es genauso. Ich kann das nicht mehr mit meinem schlechten Humor nicht mal mehr gutheißen. Nee. What's the fuck? Ne, würde ich sagen, leg mal da erstmal eine Pause ein, bis wir irgendwann sagen, yep. Jetzt können wir... Was? Da gibt die Bewegungen da? Ja. Wie du von Start zu Schwert wechselst? Warte, wie sieht das... Pass mal, wie sieht das bei dir aus? Das ist echt auch so schnell bei dir, wenn ich das mache? Ja, das ist auch so schnell. Also wenn du das mit Maus und Tastatur spielst, quasi rechts zum Blocken und dann hoch und runter scrollen. Mit dem... mit dem Mausrad. What the fuck? Ja, ja, ich bin Max 8 Grad. Das ist eine komische Entscheidung. Ja nun. Ja ne, es tut mir leid zu sagen, ich bin jetzt nicht gerade bereit, dass... Mit guten Gewissens weiter zu spielen. Nee. Ich hab... Wir haben das Thema schon mal gehabt. Ich hab kein Problem, das jetzt an der Stelle abzubrechen. Wir haben es versucht. Es funktioniert nicht. Wir können uns eventuell auch darauf vorbereiten. Und ansonsten hatte ich kein Problem, das hier abzubrechen. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt noch... Ähm... Machen würde, ist halt... Nochmal zu grinden, dass ich mal diese Drachen-Pulver-Kacke noch ein bisschen kriege. Hm. Aber sonst... Keine Ahnung. Ich seh grad keine Sonne. Ne, ich... Mach nicht. Also... Ich mach auch... Ich... Ich... Spielwechsel. Genau. Es hört sich nach einem guten Plan an. In dem Sinne, bis gleich, Leute. Jujuuu.